Weißt du, wo ich sie eingehen muss? Enter the Codes, click on Settings und dann steht da eine Box mit Passcodes. Ah, okay. Oh ja, Star Wars Racer auf dem N64 habe ich das gespielt. Das war so toll. Das hätten wir auch noch vorstellen sollen. Sag mir mal einen Code. Ah ja, wir geben frei. Zuallererst müssen wir den Falken freischalten, dass Wookie pelt. Wookie und dann P-E-L-T. Moment, aber dann schreiben Sie es falsch. Wookie ein E oder ein O? Ein E. Das ist aber falsch, aber egal. Okay, Wookie pelt. Was haben wir noch? So, jetzt müssen wir den Interceptor freischalten. Der war hier, warte mal. Ist das Passwort zoomed hier? Nee. Schade. Warte mal, ich habe es eben gesehen. Bin ich blöd? Warte. Ja, Cake and Work, Lego Stars habe ich auch viel gespielt. Das durfte ich aber nicht vorschlagen, weil Marcin mir sonst die Freundschaft gekündigt hätte. Der steht da so überhaupt nicht drauf. Gut, Geid, Tai. Okay, und was haben wir noch? So, dann haben wir... Enable all ships, ähm, use da force. Und was haben wir noch? Hat's geklappt, ja? Used a force. Siehst du das schon? Also, zumindest... Use da force, ja. Ja, okay. Ähm... Dann... Haben wir noch... Äh... Ähm... Nee. Ich glaube, das reicht. Okay. Die Befreiung von Geralt 5. Guck mal, jetzt haben wir Falke und zwei Interceptor freigeschaltet. Mal gucken. Nice, hier, make nice, Stein. Lass mal den Interceptor fliegen, ich liebe ihn. Y-Wing, Millennium Falcon, Spina... Ja, die Ego-Spiele von Star Wars sind alle sehr toll, aber mich persönlich spricht das leider überhaupt nicht an. Und was ich auch selber schade finde, es ist halt einfach so, es geht einfach nicht, es macht mir keine Freude. Aber wo ist denn, wo ist denn der Teil Interceptor? Ist er nicht da? Nee, weißt du, wo der sein sollte? Auch da im Hangar halt. Oder ist der sozusagen jetzt statt des X-Wings? Nee, 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 nee. Dann, äh, müssen wir nochmal die Sheets eingeben. Ähm, vielleicht hat der nicht funktioniert. Da stehen nämlich immer drei Stück. Okay. Ich höre. Hinter den Falken, sagt Skywalker. Ach so, warte, warte, warte. Äh, enable the... Du musst fest mit Millennium Falcon enable first... Äh, go to Millennium Falcon in Hangar. And then? Then hold down or back. Probieren wir es aus. Vielleicht muss es dann, äh, der ist hinter dem Falken... Ja, Skywalker hat das voll gerade sagen, auch eben noch geschrieben. Hold down or back. Ach, da hinten, ich sehe. Boah, das ist so lang her. Ah ja, da steht, wird da sogar im Menü angezeigt, im Missionsmenü. Aber keine Sekundärwaffe. Na gut. Schauen wir mal. Und auch schön, dieses Bild von zwei Y-Wing, ein X-Wing und ein Tire Interceptor. Cockpits. Ob die trotzdem auf uns schießen, oder raffen sie es nicht? Wir schießen auf uns. Und ich halte nix aus. Schön in Cockpit sich fliegen. Tu ich schon, tu ich schon. Ja, okay. Ah, such beauty match, wow. Ja, Luke, ich habe mich auch gerade sehr, sehr drüber gefreut. Er, ähm, sagt gerade, dass ihm die Kamerafahrt vom Falken zum Interceptor so gut gefallen hat. Nein! Ja, man hält halt nix aus im Tire Interceptor, ne? Ja. Dann musst du schneller fliegen, Buddy. Fliege halt schneller. Nutz das. Immer Vollspeed. Ja, ich... Ja, ich... Ich muss mal ein bisschen fordern. Nicht da so ins Schneckentempo auf die Zudüsen. So fliegt man das Schiff nicht, Bruder. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. Ah, ah. Und schon wieder gestorben. Auch wenn ich schnell geflogen bin. Dann fliegen wir halt gleich den Falken. Es sind halt irgendwie vier Treffer und man ist hops. Und jetzt Interceptor gegen Interceptor. Hätte das so viel gekostet, dem so ein Schild zu verpassen? Ich weiß nicht. Das wäre doch drin gewesen. Immer auf Masse, weißt du? Wolle er halt... Der teilt halt schon aus, ne? Interceptor? Hm. Ja. Wendig, viele Würfel, also... Genau hier, Lux, schreib's richtig. Du musst deine Salbe abfeuern, dann schon abdrehen. Bevor die Schüsse beim Turm ankommen. Bally. Fliegt mal wie ein Imperialer. Aber dann... Dann sehe ich ja nicht, ob ich's zerstöre oder nicht. Bally. Billi 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 billi. Biu biu biu. We get some Imperialers put on our mic. Oh nein, Luftcrash und so, ne, es geht nicht, es tut mir leid, es geht nicht, das ist nicht möglich. Und als Kind habe ich den 3PO gebaut. Das ist sehr vermutlich. Gibt es den Coach für den Naboo Fighter? Ja. Kill Jar Jar. Probier mal. Ah, ich sehe gar nicht. Nee, geht leider nicht. Man musste das Spiel auf jeden Fall durchspielen, dann hat man den bekommen. Ja, haben wir keine Zeit. Aber da gab es ein Schippen-Cheat für auch. Sonst fliegt man eine Runde mit dem Falken und ich suche das. Bitte. Dann versuchen wir das noch mal mit den Falken. Dann die Cockpit-Sichter musst du schön nach links mitdenken, ey. Oh hier, der... Wie hat man das Passwort? Das Passwort am Start, ey. Irgendwie? So wie in meinem Stil? Der hat ihn noch wahrscheinlich auf so einem Zettel an einem Schreibtisch, ja in der Spielverpackung. Badatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Zumindest zählt er hoffentlich sehr viel mehr aus der Falke. das wäre da wohl mit der 8 hülle plus fünf schilde oder ja da kann man schon was drauf schießen ich mag die sounds von ihm ja die klingen gleich ein bisschen fetter einfach mächtiger aber diese lichteffekte wir haben schon was gemacht 15 torpedos hast du schön dass sich dieser turm so ein bisschen mitbewegt ja weißt du was geil ist mein mein automatischer turm schießt aber auf die schiffe die ich beschützen muss das heißt jetzt haben wir den verloren weil weil mein co-pilot vermutlich chewbacca oder was auch immer gerade einfach mal die zivilisten umgebracht hat die fliehen wollen no way und du rammst es auch noch matisse fragt hält buddy mehr zu rebellen oder imperium aber mit dem ding hier kann ich anvisieren das ist ja mal schon mal was ob ich mehr zu den rebellen oder zum imperium halte dass da das kann ich so immer nicht sagen ich es gibt halt nicht schwarz und weiß nee weil ich ich finde beide seiten reizvoll reizvoll ja ja das sind sie wohl definitiv ja ich glaube ich wäre so ganz ganz klassisch weg auf der imperialen akademie und würde dann irgendwann desertieren weil ich merke dass die echt umfug machen genauso neigt bei die über seinen kopf schreibt er vielleicht später irgendwie auf seinem beamer ja im nebenzimmer oder so wie bitte matisse sagt gerade genauso neigt bei die immer seinen kopf und dann habe ich gesagt dass du wahrscheinlich auf dem beamer auf in einem nebenzimmer spielst nee ich musste gerade kommen mein oberes geschütz hat schön auf die auf die zivilisten geschossen und mein unteres auf die richtigen ziele und dann war ich gerade so was ist denn mit dem ist er so auf krawall gebüßt dass er einfach auf alle schießt es ist ein bisschen blöd dass sich die kamera immer automatisch verstellt ich hatte mal meine webcam auf gesichtserkennung das war ätzend der hat dann immer irgendwie ran gesucht auf dein gesicht was das sollte habe ich nicht verstanden das verstehe ich auch nicht ich glaube die idee ist dass du leicht über skaliert bist und dann auch deswegen kann wollen ist ja klar ja dass du halt einfach nicht ausrichten muss für die voll dem die dann eben vielleicht vielleicht auch am laptop sitzen und deswegen den monitor immer so ein bisschen auf nach oben neigen also und das ist dann entgegen steuert aber trotzdem meine ich kann mir wenige situationen vorstellen denen das wirklich sinn macht ich glaube jetzt gerade fange ich aber an den falken zu lieben weil er auf mehrere ziele gleichzeitig schießen kann und teilweise auch automatisch zielt also ja das ist schon geil ich sehe das gerade ja da ist ein bisschen op ja war er anfangs im spiel ja auch nein dass er immer auf die eigenen schiffe schießt du hast du getrunken vielleicht sitzt da ja irgendwie so ein irgendwie anders am geschützten leer oder so bum 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 pam 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 wie wieder verloren geschafft das ist doch geil dass da dass der teilt das hebt da mit dem ich habe mich geld ich sage nichts ich dachte gerade das hebt er den schatten von meiden aber was hast du verloren nee ist alles gut so ja das ist ein bisschen bluten hey ohne witz für ich rede es einfach vom n64 ne aber für diese es sieht richtig gut aus ne ok falken all the way sag ich ich guck mal wenn ich die webcam etwas runter mache kommt dann ja ein bisschen gute nacht cake at work gute nacht cake at work odor der jahr dem mond und was nehmen war natürlich den m ними umf tueって zu cake müde cake schlafen cake wünscht gute nacht und bis morgen na wie heißt der massi der läufer den du hier gerade siehst gleich ich sehe noch gar nichts genie groud franzig supplies in der bäse so dass wir den schilder ist in der wach 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 ich gucke mal ob wir jetzt noch ein sheet finden wo wir doch den star mh 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 wie konnte ich denn hier den schild zerlegen es gibt da irgendwo so generatoren oder nicht war das level habe ich gemacht optisch ich glaube mit mit lesern christian nicht den musste irgendwie es gibt so irgendwie generatoren hast du jetzt habe ich das habe ich nicht drauf geachtet welche bauker meinst du diese diese die überall die ganze zeit rum ja ja genau ich zerlege euch einfach eure gesamte infrastruktur jungs da ist er jawohl halifax ach war das war irgendwie tatsächlich der cheat für für den naboo fighter probiere gleich aus der war glaube ich auch ganz geil der hat glaube ich ganz geil geflogen wenn ich mich richtig erinnere haben sie wahrscheinlich so ein bisschen um den episode 1 halb die füchse die ja der falke ist schon geil er muss einfach nur in die nähe fliegen ja und schießen müssen aufpassen dass keine freundinnen der starfighter haben wir auch eben kurz geschwommen ich brauche ein mikrofon was ich fallen lassen kann ich habe zitronensaft ja es war richtig heftig das habe ich auch nachholen wollen habe es angemacht und dachte mir ist mal wieder aus aber irgendwann gebe ich mir das noch mal so dann geben wir mal halifax ein ach so genau ich gehe zurück in das wunderbare hauptmenü was so gut funktioniert da mit mit sonderzeichen also hat er gesagt wenn das nicht geht dann gibt auch mal hier ausrufezeichen erkennt kein ausrufezeichen dann war das wahrscheinlich für den n64 die cheats und nicht für den es kann sein pc wir spielen nämlich gerade die pc version findest du schnell raus massiv werde ich im cheatmenü bin ja also bei meinen cheats seiten steht das nämlich steht da nichts von aber was wir machen können ist gibt mal ein chicken warte mal ich aber jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr da war es chicken ja